Hallo und herzlich willkommen zurück bei To The Moon. Ja, wir sind jetzt gerade auf der Suche nach den Mementos bzw. auf den Erinnerungsstücken. Plüschnabeltier. Naja, vielleicht wenn man es aus dem richtigen Winkel betrachtet. Nein, absolut nicht. Nichts zu machen. River ist ein Buch. Ist nicht ansprechbar. Wir können nicht hochgehen. Hier können wir was anhören. Was zum Teufel war das denn, Mann? Wieso? Ich habe mich verabredet. Gott, das war ja mal erbärmlich. An deiner Stelle wäre ich das einfach reingeplatzt und hätte die Kleine sofort klar gemacht. Ungefähr so. Hey du, ausgehen. Ich du jetzt. Das ist einfach schrecklich. Ich weiß, aber es wäre immer noch besser, als das, was du gerade durchgezogen hast. Oh. Hat sie da eine Enzyklopädie ins Gesicht geschmissen? Na, hat sie? Halt die Klappe, Mann. Siehst du, ich bin nicht die einzige Leute, die immer sagen muss, wann sie die Klappe halten sollten. Und plötzlich fühle ich mich geliebt. Achso, okay, gut. Ähm, was gibt es hier? Kunst. Rado da Vinci hat geübt, indem er Eier malte. Fässer sind wie sehr große Eier. So gesehen werdet ihr alle sehr große Da Vinci's. Okay. Ich sehe schon. Oh Gott, wie konnte ich mich nur von dir überreden lassen, das dämliche Fach zu nehmen. Ach komm, stell dich nicht an. Das macht Spaß. Obwohl man malen kann. Übung macht den Meister. Klar, sicher. Nach diesem Schuh, da werde ich nie wieder einen Pinsel in die Hand nehmen. Okay. Was gibt es denn hier unten? Niemand? Wirklich niemand? Ah. Wenn das so ist. River, warum gibst du uns nicht die Antwort? Ich weiß, dass du die Antwort kennst. Wir warten, River. Na schön, dann müssen wir wohl... Es stach am 3. August 1492 in See. Von der spanischen Stadt Paolos de Afronte heraus, die 1322 gegründet wurde. Und am Alba Perez, die Guzman, viel zu diesem Zeitpunkt, weil das 14. Lebensjahr erreicht hat. Ist gut, ist gut. Ich wollte nur das Datum. Seht ihr, war das jetzt so schwer? Lieber Himmel, haben alle Leute wie Sie so ein fast fotografisches Gedächtnis? Nicht wirklich, obwohl ich glaube, dass ihr Mustergedächtnis oft sehr ausgeprägt ist. Okay. Ist irgendwas, was wir uns mitnehmen können? Sieht nicht so aus. Dann gehen wir mal da rüber. So. Hat uns aber nichts gesagt. Hier können wir zuhören. Psst, sie kommt zu uns rüber. Altab, Altab. Notiz, Altab erhalten. Huch, warte, ich würde gerne nochmal... Ups, aber nochmal mal? Nee. Okay. Doch, sie kommt zu uns rüber. Alt4, Alt4. Okay. Dann gucken wir uns gleich mal die Notiz an. Altab, Lebensretter. Das stimmt manchmal. So, dann gehen wir hier mal rein. Abgeschlossen. Cafeteria nur in den Mittagsstunden geöffnet. Okay. Das ist noch nicht Mittag. Dann gehen wir mal hier lang. Ah, Sporthalle. Okay. Das war's. Beim nächsten Mal solltet ihr Flaschen mal besser etwas, äh, besser sein. Eine Aula, die könnten wir für später gebrauchen. Ich kann nicht glauben, dass die Spielfeldmarkierungen in seinem Kopf rechteckig sind. Wir können den hier anfassen. Oh, okay. Uff. Na schön, du hast gewonnen. Hurra! Okay, was gibt's hier oben? Klavier, eine Matte. Irgendwas müssen wir übersehen haben. Gehen wir nochmal raus. Ah, jetzt ist Mittag, okay. Jetzt können wir in die Cafeteria. Okay. Hm, was ist das? Rucksack? Klar ist sie was Besonderes. Besonders langweilig, nämlich. Ich meine, schau sie dir doch mal an. Sie da sitzt allein den ganzen Tag mit dieser gruseligen, deformierten Ente als Plüschtier. Das ist keine defumierte Ente, das ist ein Schnabeltier. Ein was? Hör auf, die Tiere auszudenken. Wie auch immer, sie ist so dermaßen neben der Spur. Das wäre sie von einem anderen Planeten oder so. Ich weiß, ist das nicht cool? Äh, sicher, wenn man auf Aliens und solches Zeug steht, dann wahrscheinlich schon. Wenn man im Ernst nur durchgeknallt sein will, warum hängst du nicht einfach mit den Emus und Gothics rum? Naja, zum einen will ich mir nicht die Haare ruinieren. Und die Tatsache, dass wir schon unsere Schubladen für sie haben, macht es nicht besser. Sieh mal, Nick. Ich will einfach kein durchschnittlicher Junge in einem Ozean durchschnittlicher Leute sein. Warum sollte es denn deine Identität ändern, mit ihr zusammen zu sein? Ich meine, du wärst dann einfach ein Typ, der mit einem schüchternen Mädchen rumhängt. Sieh es nicht einfach nur schüchtern, Nick. Irgendwas an ihr ist anders. Naja, anders zu sein ist auch nicht immer so toll. Weißt du denn überhaupt, ob sie das wirklich will, anders sein? Vielleicht will sie einfach nur dazugehören, so wie alle anderen auch. Und das so ist, wäre es nicht hilfreich, sie in die andere Richtung zu drängen, oder? Hör mal, Nick. Die Sache ist die. Ich weiß, was ich brauche. Und dieses Mädchen hat es. Also willst du sie, weil sie etwas hat, aber nicht um ihr selbst willen? Das ist eiskalt, Mann. Ich hoffe nur, du weißt, was du tust. Ich weiß es. Ich glaube übrigens, du hast Unrecht. Die Menschen sind nicht durchschnittlich. Jeder ist auf seine Art etwas Besonderes. Das erzählen doch nur irgendwelche Omas. Okay. Ich will mir gerne den Rucksack ansehen. Moment mal, dieser Typ ist also eine Art Hipster, der sich an andere Menschen dranwanzt? Das ist irgendwie, ähm, verstörend. Weißt du, manchmal möchte ich unseren Kunden eine ordentliche Kopfnuss verpassen. So ist die HSQI, der ist ein Bastard. Aber hey, willkommen im Club. Warte mal, darum ging es also bei dem Gespräch an der Klippe? Vermutlich. Dann kriegt sie einen Sprung in der Schüssel und beginnt, diese unheimliche Hasen zu basteln. Stimmt's? Weil ihr diese ewig zurückliegende Sache gebeichtet hat? Dann könnte sie durchaus als nachtragend bezeichnen. Nein. Mein Gefühl sagt mir, dass da noch mehr ist. Hol schon mal deinen Hut, Sherlock. Komm, ich glaube, unser Mitfallgelegenen lehnt da vorne am Tisch. Gut, okay. Der Rucksack ist also das Memento. Können schon mal ein paar einwerfen. Gar nichts? Wirklich nicht? Nein, wirklich nicht. Mir geht's gut. So, wo ist das Letzte? Können wir noch mal mit denen reden? Ich beneide ihn. Seine Schulfreund war immer noch da, als sie beide schon grau wurden und half bei Umzügen mit dem Piano. Ich wünsche, ich hätte auch noch Kontakt zu den Freunden aus meiner Kindheit. Ich denke mal, River wird das letzte Stück sein. Von Hintergrund mal abgesehen, es ist ziemlich erstaunlich, dass die beiden tatsächlich in der Highschool zusammenkamen. Wie viele von diesen Pärchen bleiben wir heutzutage schon länger als einen Monat zusammen, hm? Ich weiß nicht, wie es bei dir war. In meinen Mäbelstieflaben ist alles glatt. Aha. So glatt, dass sie mir im Handumdrehen alle wieder entglitten. Klingt, als könnte es stimmen. Krüchen-Nabeltier. Jedes Mal, wenn dieses Ding auftaucht, ist ein kostenloser Memorienink mit dabei. Ich liebe es. Wahrscheinlich ist die Narbe, die es auf seiner Seele hinterlassen hat, mindestens so groß wie die auf meiner. Okay. Gut, dann werfen wir es mal ein und reisen weiter. Oh Gott, was zum Walnuss. Hame. Hey. Uncool, Eva. Verflickst nochmal, man stört niemals jemanden einem. Kamehameha. Was? Moment, du vorbereiten. So, schauen wir mal, wie wir jetzt klarkommen. Wie schnell es geht. Ich mach einfach mal wieder, ne? So random, was ich denke, was vielleicht. Okay, vielleicht so. So. Und so. Ha, und dann so. Ideal 6, aktuell 6. Sehr schön. Und wir reisen weiter in die Vergangenheit. Oder besser gesagt, in die vergangenen Erinnerungen. Ui, da ist ja noch ein Kind. Ich geh jetzt zur Schule, Mom. Mach's gut, Joey. Hm. Mein kleiner Junge, wird so schnell erwachsen. Ah. Oh, denk du. Okay, hier. Mein Gott, und wenn er ein Mädchen wäre, würde ich ihn dann auch mit dem Namen seines Großvaters ansprechen? Das wäre gar nicht mal so schlimm, er erinnert immerhin auf A. Joey, Joey, Julie. Klingt knuffig. Wenn es so knuffig klingt, wieso heiratest du ihn nicht einfach? Ah, eifersüchtig? Oh ja, extrem eifersüchtig. Okay, die Uhr tickt. Das ist auf jeden Fall ein Zeichen. Also fairerweise muss man sagen, eine tickende Uhr kann einem in der Tat extrem auf die Nerven gehen. Stimmt. Was gibt's hier? Die Couch, okay. Die Mutter ist nichts, aber ein Glas steht hier. Och nee, nicht schon wieder. Ein Glas eingelegte Gurken. Heiliger Strohsack, das haut mich jetzt echt um. Du bist ziemlich leicht zu beeindrucken. Gurken. Okay, hier oben können wir nicht hin. Können wir hier was öffnen? Nein. Wir können hier noch darüber. Alles in Ordnung ist also der Fußball. Okay, schmeißen wir mal alles rein. Nur was ist das Letzte? Eines fehlt uns noch. Kommen wir hier runter? Ein schaubiger Stapel. Alter, Animo aufs Bücher. Und was ist jetzt das Letzte? Da kommen wir nicht rein. Das ist die Uhr. Können wir uns hinsetzen? Die Mutter ist... Ach, da kommen wir doch nach oben. Nein, 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 nein. Diverse Bücher mit unleserlichem Titel. Okay. Jetzt haben wir's. Gut, dann gehen wir mal da hin. Schwupp und schwupp. Und Memento vorbereiten. So, der Ball. Vielleicht einmal so. Und einmal so. Ähm, einmal hier. Da. Da. Und da. Perfekt. Langsam hab ich's raus. So, und wir reisen in die Zukunft. Äh, Vergangenheit. Ja. Ne? Los geht's. Fußball. Der Fußball. Wo kommen wir jetzt raus? Okay. Bah, es riecht wieder nach Verwesung. Wo sind wir? Eva? Was zum Teufel ist das? Und was das ist, sehen wir in der nächsten Folge. Tschüss. Cheif. Moohl. wife. Wohl. 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 Vielen Dank.